wow wozuhelle ist hier was es leben noch alle ne ja da du was zur Hölle tust du ist da du überhaupt noch da keine ahnung bestimmt einfach der ist bei mir wo ist bei mir ich habe da mal kurz getroffen amerikanische flagge ich bin tot ich habe doch ein hp glaube ich ja ich habe noch ein hp nein oder okay das kann ich dir nehmen ob du ihn beschützt ziele kann nix ich gehe nur in die kirche wenn ihr auch dorthin kommen seid ihr sicher okay ich komme die lay hat voll so eine coole shooter er wird uns niemals niemals finden ich habe mich gerade eher wo ich die erste leiche getötet habe ich brauche ein bisschen essen ich habe gerade ein bisschen mit blu auseinander genommen wieder rein ich werde mir übrigens ganz gut war ein bisschen zu viel Petersilie drauf das mag ich noch so ein bisschen zu viel Petersilie sind wir nur noch ihr zwei am leben na nur noch ihr beide zweite eigentlich in der küche eigentlich bin ich hängen bin ich rumhängen muss hier bei der tür wir sind beide in der küche es gibt keinen anderen weg der Vorhang bewegt sich da so behindert man das ist die animation hi ja dahin habe ich ihn jetzt gerade auch gesehen glaube ich ich bin jetzt gleich verschickt oder so da du was tust du das war ich mich gerade selber ok hi hallo hallo siehst du mich? 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 oh wie konntest du den drehen? trefft dich sogar krass ne, nicht wirklich, aber ok doch, da war Blut wo? ich mach mich gleich ein bisschen um wo? 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 stell deine scheiß Textureinstellung von niedrig auf hoch ja echt ja genau so ein Pixel-Minute ach da ah ich kann nichts dafür, dass auf deinem Windows 2000 rechter hinten nicht so wirklich lustig läuft der war nicht gut der war nicht gut ja genau, mh danke aua alles besser aua ich hab noch 3 Minuten, das schaff ich gar nicht so ich verlass dich jetzt, tschüss ok, den besterben hinter dir hinter dir ich hab dir gerade sogar den Film gerettet, ok? da, danke fast schon geplant, sagst du ich steh für immer deiner Schuld entschuldigung ich liebe dich egal hat zwei Leute geschuld, das reicht mir mal gucken, wer bald wieder hier ist ok, du stehst du stehst in meiner Schuld damit, dann abzure dich ja genau ok, komm zum Spawn-Assetzer, warte ich jetzt auf dich in dem Fahrstuhl ach genau das ist aber ein schlechter, ein schlechter Trick genau, da nein, ich dreh mich auch um, bis ich an die Wand schau das Taliban schau ich binke mich, dann kannst du mich von hinten nehmen ach genau ey, das Niveau bleibt ja auf Lustheitsplay-Niveau, das gefällt mir hart Steve, ich bin dein Personal Security schön, ne? yay ich vergesse immer übrigens, wenn ich was sprechen möchte, ich vergesse immer auf V zu drücken, man, man, man ja ey, was stehst du da? Hör auf! das macht mich nervös der Opferd der Opferd der Opferd ist hier da ging nicht so viel Lauf, das ist das Mann, wo bist du schon wieder? Versteckst bestimmt genauso wie Dalu jetzt immer die ganze Zeit hier ne 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 ich war bei euch, ich hatte gerade ein paar Schwierigkeiten, weil meine Kraft zu Ende war natürlich monitor auf Doom erst mal treffen schmeißt du schon wieder Monitore auf uns hier, Mensch auf mich besser gesagt du bist das, der kleine Typ da neiii, wieder nicht der nette Kerl da in der Ecke empfang und? monitor, also irgendwo hier oben bist du ne 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 nein, hier sind aber Monitore kaum schieß ich einmal schieß der eine auf ah, hast du Glück gehabt, hat dein Glück gehabt, einfach nur das war alles Glück, genau da waren wir noch alles Glück Mann, wo bist du? ne Ahnung, du bist Security Echt? Nein, ich lebe jetzt in einer Zwischenwelt jetzt Ah, guck mal, da ist er ja Au! Alter, was bist du denn für ein Scheißwix? Ja, Mann Ich wollte gerade noch die letzten Worte sagen von wegen Dalu, es tut mir so leid, dass du gestorben bist ich liebe dich wirklich nur noch, nur noch und da bringst du mich auch einfach um Also, man muss sagen, von der Skill-Leiste ist die Rei eben, wenn ich an so einem Loop erwarte Ich hab den Chat geöffnet Ich hab den Chat geöffnet Wir haben's auch drauf manchmal Ich glaube... Ah, what? Boah, das hat er wie heute Yeah Ja, ich dann direkt vor Ja, das war alles praktisch, das war wir haben heute doch nur auch mal hier ne Chance Ja, wir wollen alles nur auf, damit der Plan funktioniert Toll So, jetzt will ich aber auch mal endlich mal hier, äh... Wer ist? Kolomato die ganze Zeit einfach mal Schaden machen Die coole Tomate Die coole Tomate Ich kann einfach in der Ecke Da seh ich die, äh, die Beste, das ist echt toll Bist du das? Ne, das ist Minieren Da kommt er übern Und wo kommt er? Von, das willst du lieber nicht wissen Ach, hallo, Granate Also ist er bei Dalo eventuell? Geiser Er ist hier unten am Spawn irgendwo, glaub ich Er ist hier grad, hab ihn ja grad gesehen Ist aber weggelaufen Hä? Geiser Oder auch nicht Hab ich ihn gerade getroffen? Das hab ich nicht gesehen Da war Blut Also wenn man, wenn man schießt Und da Blut ist, äh, Blut auf einmal ist, äh Ja Er ist hier Oh, du triffst den anderen Beispiel den Delay Aus Versehen Boah Au! Du hast mir voll den Ding in die Ohrnade Whatever geworfen Hintritt Hä? Haaa Hallo Kamera Ah hier Alles Gute Wo bist du? Der kann ja nicht so viel Leben haben Oh, ja, du Was seid ihr denn alle? Ah hier Ah hier oben Ja, ne, 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 war da unten Ja, 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 ich versuche ihn die ganze Zeit zu sehen Wie das ist denn? Da ist er ja Da ist er ja Ja, ja Aua! Oh, ich hab keinen Schuss mehr! Ah! Ich muss nachladen! Nein, ich will nicht schreiben! Da war er! Ich will nicht schreiben! Nein! Ich wollte gerade was schreiben! Von der Hand! Mini hat ihn weggecampt! Mini, ist Zeit zu sterben! Mini, ist Zeit zu sterben! Ja, ich weiß, ich kann kein Ding spielen! Oh! 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 Komm, das sind jetzt 30 Minuten durch! Oh! Oh! Jetzt alle im Kanon! Los! Oh! Oh! Jetzt einsetzen! Oh! Oh! Alter! Was hat ein Jumpscare? Junge! Schreck dich doch nicht so, meine Feier! Oh! Ne, ne, das war gar nicht so gut! Ne, das war gar nicht so gut! Ich hab mich erschrocken wegen dir! Au! Au! Da fiel dein Bild runter! Oh mein Gott! Mein Gott! Es ist nur noch diese Hochemusik! Es spukt in diesem Haus! Au! Alter, wieso schmeißen die mir einfach mal irgendwelche Dinger gegen die Birne? Oh! Guck mal diese Hochprozessoren hier an! Die sind echt... Die sind was für ein Goody! Au! Aua! Der hier! Hat ein paar Löcher! Das Infi-Natrum-Research! Ist ja irgendwo unten! Aber der hat keine Granaten! Hehehehe! Hehehehe! Da komm ich ihm jetzt einmal komplett drumherum! Ey, ich hab bis jetzt noch null Kills gemacht! Cool! Ich fühl mich so... Au! Wir sind in der Küche! Äh, wieso? Der Kopf ist weggeflogen! Der Kopf ist weggeflogen! Der Kopf ist weggeflogen! Jaja! Mit Rechtsklick! Mit Rechtsklick! Jaja! Nur ich will sie! Genieße es! Genieße es! Wenn ich mein ganzes Leben zusammen nehme! Der ist hier irgendwo! Haha! Der ist bei mir oben! Wie viel Leben eigentlich denn? Ja, er kommt von rechts jetzt gleich! Pass auf! Ja, warte, bleib ruhig! Ich will stehen! Bleib ruhig! Das kann er nicht, leider! Ich kann das nicht! Ja, der ist da im Gang! Da, jetzt drin ist er! Er ist wieder rechts raus! Er ist jetzt rechts hochgesprungen über dieses Geländer! Er kommt jetzt... Im Gang! Er ist da im Gang! Durch die Tür! Da ist er, ja! Genau, er ist da vor hier! Scheiße! Nein, 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 nein! Waaah! Ich will nicht schreiben! Der ist da... Boah, jetzt lad doch endlich mal nach! Verdammt! Du bist der Spaten! Du bist der Spaten! Frag mich nicht! Wir brauchen viel zu lange zum Nachladen! Direkt schnell! Diese Dramatik! Da ist irgendwas runtergefallen! Ah! Ich schaff das! Oh nein, ne Kartoffel! Da bin ich hinten bist du! Komm mal zu mir! Komm zu! Onkel! Daaaah! Ne, es nicht! Los, tötet ihn schnell! Ja, wir sind dabei! Ich war noch sechs! Der ist nicht so gut! Der schafft das! Slash kill hidden! Slash kill hidden! Wir sind in der Ecke hier stehen! Hallo, bist du schon! Ich bin in meiner Ecke! Daher bin ich los! Ups! Nehme ich jetzt noch als Einziger oder was? Ja! Da hinten ist er gewesen! Hey! Wer weiß das schon? Der ist da vorne vor der Tür rum, ja! Er ist reingelaufen! Ne, er steht immer noch davor! Er ist jetzt wieder in der Eingangshalle! Er geht jetzt da die Treppe hoch! Go Steve! Go Steve! Der hängt da immer noch in dieser Eingangshalle rum! Am spawnen! Also ich würde jetzt nicht aufbinden! Oh, der ist da runter! Na komm! JAAHU HUH 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 Ich bin der Lins! Dafür gibt's Applaus Blue! Allerdings, ich muss dich enttäuschen Jetzt ist Mapwechsel, das heißt es zählt eh nicht mehr, dass du den getötet hast! Aber egal, ich hab jemand getötet! Krass, der Mist! Da haben wir erst zum ersten Mal gesehen, wie Blue immer den getötet hat! Ja, dieses Verfolgserlebnis nach! Wie lange spielen wir jetzt schon? Ich bin endlich wieder Youngshaller! Nein, 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 nein! Wil! Waaat, warum hab ich hier so komische Betäubungs-Paintball-Scheiß-Waffe? Betäubungs-Paintball-Scheiß-Waffe? Ja, das ist das Neue, das ist das Neue. Das ist voll das Neue und so. Ne Asoks. Äh, kann ich nicht mitspielen? Oder kommt das erst noch? Ah, die Map, die ist geil. Ah, ich glaub ich kann gerade nicht mehr mitspielen, weil ich wieder zu langsam bei den Waffen war, ne? Keine Ahnung, ich spiel ja auch grad noch nicht mit. Dauert das immer? Hä? Also ich kann gerade Delay zugucken, ja. Ah, war mir wohl zu langsam. Alles klar. Ja gut, dann würd ich auch mal sagen, dass diese Aufnahmepartie jetzt auch mal langsam zu Ende ist. Äh, wie gesagt, danke nochmal an euch beiden und, äh, wie gesagt, falls ihr mehr hidden rum wollt, dann einfach umgebracht. Genau, bitteschön, ich drück grad hier den hidden. Ach, du hast ihn umgebracht. Ich war schlecht. Dann dann hau ich jetzt einfach trotzdem ne Runde dran, so. Nein, wie das? Ja, jetzt, jetzt wird's erst interessant. Im Gegenteil. So. So. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Gut, dann schneide ich das dem in 15 Minuten hin und hin. Delay denn? In und hin, ok. In und hin, ok. In und hin. Irgendwie so. Irgendwie so. Bitte schritte mich nicht. Warum immer die Delay? Ich bin noch sein Runde auf der. Ich bin noch sein Runde auf der. Ich bin noch sein Runde auf der. Lass mich in Ruhe. Erst wenn wir Deutsch bei dir beigewollt. Wer läuft denn da alleine rum? Ich bin eine Ecke. Was willst du? Ich bin eine Ecke. Was willst du? Meine Ecke. Das geht nicht. Das geht nicht. Wirklich nicht. Oh. So. So. Hier sind wir beide. Nein, wir sind zu dritt. Wir sind zu dritt. Wir sind drei. Wir sind zu dritt. Ich und meine Staddy. Ich und meine Staddy. Ich hätte die Staddy. Wohin, der Staddy. Ich und meine Staddy. Staddy? Staddy, natürlich. Oh, was, da ist er! Da ist er! Da ist er! Ich gehe jetzt zum Staddy. Ääh, danke für den Tipp. Du musst gerade ganz klein. Ah, tu in die! Da ist dein Mist. Komm. kommen Ja Die Hände an mir, über hier, vor hier, links, rechts Ich will den Teddy Ich auch Ah, ich hör ihn Wie ich direkt bei euch bin Das ist doch einmal ganz kurz getroffen Ist halt scheiße, euch zu sehen oder nicht zu sehen Guck mal, ein roter, großer Blutfleisch Großer, roter Blutfleisch Los, killt ihn, Delay, los Da war's schon wieder irgendwas, hör mal so Ah Ich muss, ich muss, ich muss, ich sag, ich muss mit Touchpad spielen, weil meine Maus irgendwie nicht wollte Ich hab ihn trotzdem nicht mehr Mit Touchpad, genau Ja, ich bin grad noch am Laptop Warte hin, warum? Ich spiele jetzt jetzt auch mit Touchpad, dann weiß ich wenigstens, dass ich den Delay treffen kann Du bist hessisch mit mir Ja, ich stand direkt so, es war voll komisch Ich muss mich jetzt irgendwie verteidigen, ich kann das ja nicht auf mir sitzen lassen Glaubst du? Hm Der bringt jetzt eh wieder zuerst mich um Ich bring ihn vorher um Wo seid ihr eigentlich? Ah, da Bringst du ihn wirklich vorher um? Für mich? Warum mit meinem Maus? Nur für dich, nur für mich, das ist so lieb von dir Nein, ich bin nicht im Busch, ich wiederhole, ich bin nicht im Busch Du hast nen Busch Danke Bitte Ich konnte nicht anders, ich konnte so richtig Ich hab kein Rassierer mehr Ich hatte das für keinen COD oder so spielen, dann würde ich so rumrätschen, Mensch, rumrätschen Hier ist Gau ist frei, übrigens dieses Wochenende Was für ein Klo ist frei? Ich muss doch mal Unkraut geben Ich muss doch mal Unkraut geben Ja, das Klo links von dir, das Herrenklo Du willst aber auch das Unkraut Wo steckst denn du schon wieder? Der Dalo, der versteckt sich immer, ne? Ja, au! Da bin ich! Wo zur Hölle was jetzt? Ich bin der Umbring, ich räche dich Auf dem Dach Auf dem Dach Auf dem Dach? Wie kommt man zur Hölle auf das Dach? Du nimmst die Leitern Die Treppe Die Treppe Die Treppe Bin tot Bin tot Echt? Ja Ja Ich werd immer besser, man merkt das schon, wie lange es dauert Die Aufnahme Das stimmt Ihr seid alle so schlecht, ich bin voll der Pro und so Ihr müsst ins Lamm bleiben Niemals Ihr seid ja ich habe noch ein paar Minuten oh da du jetzt kommen man ich sehe euch das ist bei euch schon gelassen was für eine scheiß Waffe habe ich übrigens ey auf M kannst du wieder zur Shotgun wechseln für die nächste Runde ah will nicht scheiße ja genau dann was ich auswählen möchte ne du bist so ein Arschloch die haben Zufahrt ich bin Mann dadurch hat doch gesagt dass ich gerade im Pausenmenü bin und ich gemerkt war schon im Angriff der Kill 10 nicht mehr laufen das ist ja ich wollte richtig angekommen auch Manu wo dort kommen da noch was zu tun ich glaube du gewinnst auch so ja etwas Töte sie endlich klar war ich will es noch ein Ründchen nämlich dann jetzt danach noch auf dann ist auch zu erinnern muss ich auch gleich in die nächste Aufnahme ich sag's wahrscheinlich 80 Runden ja EINEN ok EIN so das ist jetzt die letzte Runde mit Touchpad übrigens habe ich gerade die Runde gemacht Touchpad aber ich sag einfach Touchpad einfach ne ist egal ja ja so noch mal DALO jetzt werde ich ihn endlich killen We will kill the DALO now Oh das hat jetzt voll geil angehört das muss ich meine Aufnahme dann noch anhören Delay so zweimal weil ich hab dich einmal im Spiegel gehört und einmal TSS das hat sich richtig geil gerade angehört HELLO DALO wir müssen einmal TSS das hat erlaufen ja als probiert Delay random Wörter aus ne ich hab ihn ich hab ihn gerade getroffen dann glaube ich effektiver danke nee geht rein das ist effektiver du wolltest mich schon Rechtsquick-Fix-Ding ne nein ich kann man nicht wir sollen sich da in uns langsamt was probieren dann ballern alle Kälte völlig drauf das ist effektiver äh ich hab egal immer dieses random Redezeug ich versteh nie ein Wort ich hab dir geilen Tischer hallo Kolomato und wer ist das? Minion Delay du läufst schon wieder die ganze Zeit alleine rum ne ja ich bin ein Einzelklinger und ich hab ihn schon angegriffen ok ich will den Teddy die wieso ist hier überall Teddy und ne xbox ich bin schwer ich hab dich noch gesehen da was du warst da oben oder wat neiii nur weil ich Ami bin Aua das ist mir ein Splitter ins Auge gekommen boah Häh? ist wieder oben irgendwo Aua dieser Splitter Bitteschön Nice Delay yeah So komm Maus mach hin so das war dann jetzt auch mal die letzte Runde äh wie gesagt falls ihr mehr äh haben möchtet hin und sowas dann äh schreibt es einfach in die Kommentare danke an die beiden dass die dabei waren und äh wenn ihr noch mehr sehen wollt bitte den Lake fertig machen dann was 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 egal danke an uns beiden äh tschüss und so tschüss tschüss ich hab